Ba ba ba, Feuerwehrball, ba 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 ba, Feuerwehrball, ba ba ba, Feuerwehrball. Wir möchten euch begrüssen zum heutigen Feuerwehrball. Wir haben uns für das Motto Band der 70er, 80er Jahre entschieden. Wenn ich das so nachschau, sind schon ein paar in diesen Jahrzehnten hängen geblieben. Ihr seht, dass wir drei dem Motto sind geblieben. Darum haben wir uns gleich für eine Band aus der Zeit entschieden. Zwei Jahre sind mit dem Corona-Oni fest vergangen. Das war eine lange Zeit. Aber die Feuerwehr war alle einsatzbereit. Das erste Mal haben wir uns zur Hauptprobe getroffen. Das war dort noch ein gutes Zeichen. Da musste der Wasserdruck von der AB gleich aus dem Fenster auszeichen. Auf der Probe ist es mal heuer auf der Länge geblieben. Bloß mancher war lieber daheim beim Plastast nicht zocken. Das wichtigste am Einsatz ist, wie es nicht als die Polizei ist. Doch die grünen Mistfägel fahren alle mit 80 kmh ins Dorf rein. Wer dazu noch in Berlin so eine Weile wäre, zum Einsatzkräfteschützen hätte zu wegen eines schon mal ihre Waffen können benutzen. Auf der Gemeinschaftsübung zu Jürgenholz waren wir gerichtet. Zuerst hat der Höhler mit dem Wasser den Meindel dran gelegt. Danach war es ganz heiß versaut. Dann hat der Deutsch am Schluss noch drei Kiste Bier geklaut. An der Versammlung hat der Schriftführer heute den Festrausch gebucht. Der hat am nächsten Tag den Laptop und seinen Rucksack gesucht. Die Sächer, bei uns ist alle was los. Drum stimmt ihr und alle Kameraden mit Eis jetzt ein auf der Feuerwehrball. A Dreifass? Juhu! 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 J Das war's. 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 Das war's.